Brennt ja, ja dann. Pst, pst Pst Fliege ich niedrig, fliege ich schnell, machen wir sie fertig. Was ist Schocko noch drin für sowas? Ich hab schon mal ein paar gehittet hier, also ein paar gedingsbimmst. Ach gedingsbimmst? Ja. Alter, wieso ist bei uns noch nix am blinken? Kein A, kein B. Ja, ich bin doch schon da. Junge. Ist ja immer so nervös, ey. Zart wie Butter, und er steht nicht. Oh mein Gott. Too much information. Was, guck mal, ich mach nix. Ich war da nicht, vor uns Panzerkrafen. Gesehen. Bumm. Oh. Oh. Der Panzer. Na du. Das ist aber hier der Server, der ruckelt manchmal irgendwie. Macht der so... Als wenn er nicht wollte. Was schießt er auf uns? Ah, vorne, vorne. Und ganz weit weg. Nee, vor uns, ah, bei D. Wo ist's rein? Wo ist bei D? Da, die Luftfahrwehr. Meistischer Panzer, fest nicht von dir. Ja, mit Versuch. Jo. Juppie, Hans. Na, guck. Super, ey. Die ganze Seite hat noch keine Kills, ey. Mein Gott, was für ein Kack-Noob-Haufen. Wir beide aber auch nicht. Nee. Das sieht schon wieder ganz klasse aus. Schimpie, was hast du gemacht? Oh, der rotzt da rein, ey. Ich hab ihm versachlos angenommen, glaub ich. Oh. Panzer neben dir. Neuer Panzer neben dir. Links. Neuer Panzer neben dir. Neuer Panzer neben dir, das hört sich gut an. Ich glaub ich steig mal um, nicht? Greif das Einsatzziel an. Ein Fehlerunterlauf, ne. Ist grad eine amerikanische Flagge auf dem Panzer gewesen, ey. Kann ich hier nochmal umsteigen? Jetzt hab ich nasse Füße. Ganz toll. Toll. Was hast du jetzt gemacht? Keine Gummischiefel an oder was? Ne. Mann, 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 ey. Nasse Füße ist nicht mehr zu spaßen. Ne. Ne. Das kann ins Auge gehen, nicht? Das Schwein. Von wo? Von hier hinter dem Eingang von... Von... Au, auf den Berg ist er. Hab ich. Was? Alles klar. Haha, getroffen! Nochmal getroffen! Ja sicher! Den Heli mit dem Panzer... Oh, 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 oh. Okay. 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 Wo seid ihr denn hier? Und euch ist er. Ausgepanzert, hat er. Sauber. Fertiert doch. Level dicken Heli fliegen. Wir haben gerade Einsatzstil Charlie neutralisiert. Ich will den Atom. Oh. Ich glaube, der muss hier raus. Der muss hier raus. Der hat doch gerade vorbeigemessert, du. Gibt's ja gar nicht. Aber beim zweiten Mal. Der hat mir so viel Zeit gelassen, ich durfte zweimal. Da bin ich wohl an einer Tanne hängen gewesen. Was könnte denn das denn passieren? Weiß ich nicht. Die waren ja ganz schön dick getan. Einsatz hier verteidigen. Ich hab den feindlichen Flieger, wenn's nicht deiner Position gesichtet. Ah, nein. Oh. Gibt's ja gar nicht. Ich Idiot. Oh. Ich hab Pflaster dabei. Ich hab den Panzer gefunden. Nein, du hast den Panzer gefunden. Nein, ich... Du fährst mein Freund. Der C4 Mörder hat wieder zu ihm geschlagen. Theater, Theater. Oh. Die... Da waren übrigens Minen. Gell? Das hab ich zu spät gesehen. Ich hab gerade die ganze Zeit zu euch hingeguckt. Ich hab gerade die ganze Zeit zu euch hingeguckt. Und hab gedacht, ich kann die schön alleine lassen. Aber Scheiße. Oh. Irgendwann verfolgt uns. Flieger. Wir steigen am besten aus, ne? Ihr seid so faule Hunde, ne? Macht doch mal was. Der Panzer ist gleich wie neu. Ja, aber das dauert. Bis der Heli... Dann kommt der Heli zurück und dann... Geh durch bis dahin. Mein Gott, was mach ich für ne Scheiße. Seit wann kannst du denn hier hochfahren? Das seh ich jetzt das erste Mal. Was? In dem Rohr kannst du hochfahren. Das will ich auch nicht machen. Das fliegt da in der Luft. Verteil dich dieses Einsatzziel. Hammer. Ich seh jetzt das erste Mal. Wusstet ihr das? Hier. Das ist ein Fahrstuhl, oder? Ja, hab ich jetzt das erste... Echt? Ich bin total... Ich bin total um die Aussicht. Ich bin sowas von begeistert. Ich bin geflecht, bin ich. Das gibt's ja gar nicht. Den zum Spargeltatz, da muss ich bei dir versteckt haben. Der von dir verschmähte Panzer hat wieder 80%. Ey, wo bist du hin mit dem Panzer? Lass dich kommen, Carsten. Oh, von wo kriegen wir da Lack? Wo seid ihr eigentlich? Äh, das Panzer ist voll. Hä? Wo seid ihr? Ich bin gerade bei D. Okay. Wir kämpfen die ganze Zeit um... Was ist denn da? Oh, scheiße. Das ist ja doof. Jetzt bin ich im Aufzug, um hochzufahren. Hab so vorher... So ein... Luftabwehrdingen gefunden. Und dann verlierst du das wieder, wenn du in den Aufzug einsteigst. Das ist ja... Das ist ja noch... Boah! Verstanden! Los, los, los! Ich habe den feindlichen Kikopter genau westlich von dir gesichtet. Ich muss sagen, ich kriege gerade Höhenangst, ne? Das ist ja gar nicht. Oh, da war ein Konzer-Internet. Mhm. Dominik Meier. Na, wenn das mal nicht. Mir steht die Dominik Meier. Dominik Meier hat vor allem ein paar Kills in Folge. Da blöde Kinder. Der hat ja keine Nacht, oder? Ich glaube, ja. Der macht zumindest den Eindruck. Ich bin mal eben nach C, nicht? Ich... Mach mal. Da ist dein Medikett. Was? Wir haben gerade Einsatzziel ECO neutralisiert. Wir haben Kontrollen überregnet zu ECO. Mein Freund Helga. Oh! Habt ihr mal gesehen, wie die Explosion in Turbo krabbelt? Mhm. Ich hab's gut gemacht, ey. Der ist kaputt. Der Alex mir am Warsch. Ihr müsst dieses Einsatzziel verteidigen. Und was das ist? Wir sind wieder auf die Beine. Hä? Ach, Jo, wie? Wir sind das schon wie Icke. Biss auf, Chris. Die sind der Icke. Da kommt ein Panzer, Chris. Panzer? Ja. Von vorne schießen sie. Oh, ich trau mich an diese Medaille. Das gibt's ja gar nicht. Hast du ein Metal? Das ruckelt. Ja, der ist vielleicht nicht ganz rund. Nee, ne? Nö. Da muss ja so Verschiebungen im Matrixraum laufen. Hier ist deine erste Hilfe. Was? Ah, ich blinde. Von wo? Gegenüber. Auf dem Buchmügel. Ich hab ins Fünsel... Ach komm, hör auf ey. Also die Kugeln flogen drum herum, die ich gesehen hab. Hm. Da hast du nicht verguckt. Wir haben total ausgestanzt. Wo müssen wir hin hier? Oh. Wie geht das denn, ey? Die steht da so im Dicksettencontainer und der ballert mitten da durch. Die erste Hilfe ist unter dir. Nimm! Markus, wer ist dein Erster? Wer ist ein Zweiter? Wer ist ein Zweiter? Was ist denn das? In den Tänzenden? Chris, ich häng ihn da im Arsch. Vorsicht, einer vor uns. Ja. Wir haben ja einen einzelnen Soldaten. Dein falscher Panzer, öffentlich deiner Sterne. Hab ich. Links einer am Hügel. Ja, sauber. Scheiße, doch. Sauber, Junge. Komm, stell rein hier. Ich bin doch nicht zum Spaß hier. Pass auf, die wissen, dass wir kommen. Ich bin ziemlich einsatig, die ruhen mir hier gerade. Ist egal, ob es da gewinnen. Greift an! Dieses Einsatzziel! Los, Bewegung, Bewegung! Verstanden. Ich würde abholen. Wenn ich der wäre. Zehn Mann, ey. Ihr müsst dieses Einsatzziel verteidigen. Ich kann doch erst mal abwarten. Oh, Panzer hier bei D. Dominik Mayer, ey. Der geht mir aufs Arschloch. Das sage ich ihm. Mein Gott. Was, seid ihr schon hinter mir? Ich hab was Rohr gesehen. Ich hab was Rohr gesehen. Guck mal, Champion hat sich zu Herzen genommen, doch. Das macht der Ende mal ernst, ne? Hm? Na eben war Spaß, ey. Das Spaß ist jetzt vorbei, weißt du? Hm. Super, ey. Das wird ja super gespawnt. Der Eger. Ich hab den 30-Holikopter erwischt. Ich hab mich das dran. Junge, was machst du denn da? Pass auf, pass auf, pass auf. Das hat ja geklappt. Ich hab den 30-Holikopter erwischt. Nein, ich seh die nicht, ey. Ich sag das Einsatzziel an. Alter Dreckspanzer, die geh mir auf den Sack. Ah nein, nicht feindlicher Panzer und ich laufe an dem vorbei. Krieg das gar nicht mit, ey. Käse. Alter. Ach, ich Idiot. Ich stehe vor einer Lücke, ey. Boah. Wo kann man jetzt zu fuß eine mine auslösen eigentlich glaube ich nicht eigentlich nicht besser denn einer baller drauf wenn du gerade daneben stehst dann hast du eine beurte helga wieder mal alles 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 da war aber auch gerade ein bisschen explosivkraft war hinten den punkten es ist ein bild er ist die die litte auf dem server Oh, das war mal 100.000 ohne Moost. 309.000. Nichts, ey. Hammer, ey. Schöne Sprungbeförderung. Aha. Schöne Sprungbeförderung. Leutnant, General. Sauber. Mal Schiff nehmen, rasch. Ruhm mal mal ein Bier. Ruhm.